Das Disc-Modell. Kurz und prägnant. Die Disc-Fibel. Interessieren Sie sich für das Disc-Modell? Wollen Sie wissen, was das Disc-Modell ist oder wie es funktioniert? Dann können Sie sich jetzt direkt hier neben mir Ihr persönliches Exemplar der Disc-Fibel herunterladen. Die Disc-Fibel ist ein kleines Heftchen, in dem auf wenigen Seiten kurz und prägnant die wesentlichen Aspekte und alles Wissenswerte des Disc-Modells erläutert werden. Bestens geeignet sowohl für Disc-Anfänger, die sich einen ersten Überblick verschaffen wollen, als auch für Fortgeschrittene oder Disc-Profis, die nach einem praktischen Leitfaden für die tägliche Praxis suchen oder die sich die wesentlichen Aspekte des Disc-Modells noch einmal präsent machen und vergegenwärtigen wollen. Hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy, heute mit der Folge 57 und dem Thema Das Disc-Modell. Kurz und prägnant. Die Disc-Fibel. Im ersten Teil der Disc-Fibel werden die vier Disc-Grundtypen erläutert. Wodurch zeichnen sie sich aus und woran kann man sie erkennen? Im zweiten Teil gibt es für jeden der vier Grundtypen einen Praxisleitfaden, der folgende Fragen beleuchtet. Woran erkenne ich diesen Disc-Typen? Was ist die Erwartung dieses Typen an mich als sein Gegenüber? Was sollte ich in der Interaktion und Kommunikation mit diesem Typen in jedem Fall vermeiden? Die Disc-Fibel gibt es hier kostenfrei und unverbindlich, einfach zum Runterladen und Anschauen. Perfekt geeignet für alle Vertriebler, Verkäufer, Key-Account-Manager, Führungskräfte, Projektarbeiter, kurz gesagt für alle Menschen, die mit Menschen arbeiten und dabei leichter, bessere, zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, etablieren und halten wollen. Wollen Sie kein neues Video mehr verpassen, dann abonnieren Sie doch einfach den Kanal der Science Sales Academy. Hier über mir finden Sie den direkten Link dorthin. Sie haben Fragen zum Disc-Modell? Sie wollen mehr zu den Themen und Seminaren der Science Sales Academy erfahren? Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie wollen diesen Beitrag kommentieren? Dann empfehle ich Ihnen den Kanal der Science Sales Academy und die Blog-Beiträge auf der Homepage. Oder Sie rufen mich einfach an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage der science-sales-academy.de. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.